Wannsinnig, ich mach das im Handshakel nicht recht. Da brennt die Nerven immer herzustellen. Sie kommen jetzt unerwartet, aber mit dem anderen Team war es sogar anders vereinbart. Die haben heute Morgen von 9 bis jetzt gefilmt. Von jedem EU-Land, es sind ja insgesamt 27 inklusive Deutschland, dort aus jedem Land zwei Geburtstagskuchen zu machen, traditionelle Geburtstagskuchen, die in den Ländern auch als Geburtstagskuchen dort angesehen werden. Zum Beispiel? Na zum Beispiel in Deutschland ist ja die Schwarzwälder Kirschtorte und der Frankfurter Kranz ein üblicher Geburtstagskuchen. In Italien ist es zum Beispiel der Tiramisu und in Ungarn zum Beispiel ist es die Dobostorte. Das sind so Spezialitäten in den einzelnen Ländern. immer quarantags, ja, ich bin sehr knapp bist. Na. Herrn. Sollte I think it's quite wonderful that these two very classical English products, old products, have been remembered and that it will be used for the 50th Anniversary. I'm 50 years old from the European Union, in fact. What do you expect from the European Union? To be the color of life, like the Tortur.